Wer als letztes den Rollstuhl verlässt, bekommt ein iPhone 14, Freunde. Leute, oh mein Gott, ich hab so Angst, Bro. Ey, Alter, das ist übelst, der Struggle, Bro. Lukas, du passt nicht rein. Ey, Bro, diese Tür hat meine Beine total gequetscht. 3, 2, 1, go. Hey, Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Ihr seht, wir sind heute mit Marvin am Start. Moin, was geht, Bro? Leute, wir sitzen beide heute im Rollstuhl. Und zwar sind wir in Köln tatsächlich am Start, Leute. Hier am Kölner Dom, Leute. Was es damit genau aus sich hat, seht ihr gleich. Aber Marvin, ich roll dich jetzt weg. Genau, Leute, ich hab ja vor einiger Zeit meine Knieverletzung gehabt. Und deswegen kam mir die Idee, wir testen es heute, wie es wirklich ist, im Rollstuhl zu sitzen. Wir haben verschiedene Challenges. Wir müssen alltägliche Aufgaben meistern. Und natürlich auch, wir schauen, wer hält es länger durch. Kann ich deine Luft rauslassen irgendwo hier? Ey, jetzt warte mal ab hier, ey. Das ist voll asozial von dir. Wieso, dann verlierst du, ich will das Handy haben. Nein, nein. Leute, auf jeden Fall, mir geht es auf jeden Fall eher darum, mal heute selbst so zu testen, wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen. Weil ich echt Respekt habe vor Leuten, die das wirklich natürlich tagtäglich durchmachen. Das heißt, es wird ein krasses Video, Leute. Lasst einen fetten Like, dann kostenlos Abo. Und ich würde sagen, Marvin, ich hab Hunger. Lass mal hier was snacken gehen. Burger Pommes. Burger Pommes. Burger Pommes. Ich würde sagen. Oh mein Gott, hier rollt man ja richtig gut, Junge. Ich hab noch nie gefahren. Boah, Alter, da kann man, oh mein Gott, hier kann man voll Drift machen. Warte mal, kann man Tricks noch? Ey, Digga, ist das... Ey. Wuhu, komm, Lukas. Ey, Alter, du hast schon wieder mal eine Bremse reingemacht. Ey, Leute, also ihr seht ja auch jetzt, ähm, ab jetzt unsere Sicht schon. Ich würde sagen, es geht jetzt ab zum Süßigkeitenladen. Junge, Alter, jetzt hör mal auf von dieser Bremse. Ich mach die jetzt auch rein. Ey, Digga. Du kannst das gar nicht. Ey, das ist voll asozial, Mann. Nein. Also, Marvin, wir machen Wettkampf von hier bis zu dem Mülleimer. Nein, bis zum Louis Vuitton-Zeichen. Ja, okay, komm, bis zum Louis Vuitton. Okay, drei und los. Ey, Junge. Wie schnell hast du? Ey, du Arsch. Mann. Ey, ich bin echt nur beweben. Wie rechts. Jetzt fahr mal, los. Junge, machen wir jetzt hier Lokomotive oder was? Verliererzeit Burger Pommes. Okay. Ey, Alter, ich bin über Löwen gefahren. Luci Vuitton, ich komme. Ey, hör auf. Ey, wer das zuerst berührt. Ja, du berührst gar nichts hier. Kannst du den mal festhalten? Ey, Alter. Hier, halt den mal fest, damit ich schneller bin. Ey, festhalten ist unfair. Warte, warte. Ey. Nein, er hat gewonnen. Ja, ich hab gewonnen, Leute. Let's go. Mann, der Bauarbeiter hat mir nicht geholfen. Wir gehen jetzt da zu dem Süßigkeitenladen. Okay, let's go. Leute, hier gibt es einen geistkranken Süßigkeitenladen. Wo denn? Ich zeige ich den jetzt mal. Leute, wir sind übrigens in Köln wegen der Gamescom und ihr könnt mich auch auf der Gamescom treffen. Und zwar am Samstag, 26.08 Uhr um 11.45 Uhr in Halle 7 bei Snapdragon Pro Series, Powered by ESL und Samsung Galaxy. Leute, dort gibt es eine richtig fette Bühne mit Broadstars. Es gibt einen Escape Room und ihr könnt auf jeden Fall richtig nice Bilder mit uns machen. Auch die anderen Jungs sind am Start. Zum Beispiel Marvin ist am Start. Ja, und Pookie Clash Games zum Beispiel auch noch. Genau, ihr seht mal die Zeiten eingeblendet, wann alle dort sind. Außerdem gibt es auch einen richtig krassen Contest, wo ihr ein Samsung Galaxy Handy gewinnen könnt. Ihr müsst einfach ein nices Bild posten und das beste Bild gewinnt ein Samsung Galaxy. Kommt vorbei, Halle 7, Leute. Ihr wisst Bescheid. Let's go. Alles klar, Leute. Wir sind jetzt angekommen beim Süßigkeitenladen. Kannst du mir aber schon mal zeigen, Alter. Hier gibt es richtig fette Süßigkeiten. Und ich würde sagen, Marvin. Ja? Alles, was du es schaffst, in einer Minute zu nehmen, bezahle ich. Alter, echt jetzt? Ja, ja. Okay, ich roll jetzt hier rein. Let's go, Junge. Rein geht's. Oh mein Gott. Okay, Leute. Ich nehme hier direkt ein paar Nerds. Ach nee, der ist zu klein, der Müsser. Ich nehme mir das direkt hier einmal mit. Sagt. Warte, ich auch. Boah, hier direkt. Rainbow, Leute. Geil, Rainbow. Hier seht's. Marvin, wir haben nicht mehr viel Zeit, Junge. Ja, ich mach mir die Schüge voll, ey. So, hier auch noch welche von. Oh mein Gott, Bro. Wir müssen noch mal schauen. Oh mein Gott, Reese ist hier hinten, Leute. Okay, Leute. Wir nehmen uns einmal hier Cool Alves. Weißt du, was ist? Oh, Prime. Let's go. Die haben hier Prime, Junge. Boah, ich hol ein Slush-Eis. Drizzlers noch mal. Marvin, noch 10 Sekunden. Mach mal ein bisschen länger. Gibt immer noch eine Verlängerung. Ja, okay, ein bisschen Verlängerung. Hier, Kameramann, halt das mal. Ich geh jetzt mal hier auf eigene Faust los, hier. Ganz viel Süßigkeiten. Junge, hier gibt's auch ganz lecker. Alter, hier gibt's so anders viel. Aber Marvin, ich würd sagen, nur noch eine Sache jeweils. Nee, eine Minute noch. Nein, nein, eine Sache nur noch. Ich nehm noch das hier. Digger, wie sieht das denn aus, Bro? Bin fertig. Leute, dann geht's jetzt auf zur Kasse. Let's go. Mip, 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 mip. Also Marvin, alles geht jetzt auf meinen Nacken, ne? Also Leute, lass mal rollen, Bruder. Ja, ja, lass einfach rollen. Alter, Leute, das ist schon mal ein fetter Einkauf hier gewesen. Aber echt Ehrenmänner hier. Ping of Sweets in Köln, checkt's mal ab. Ehre. Und ich würd sagen, Marvin. Boah, mir geht's gar nicht gut, Alter. Was denn? Ich hab voll Hirnfrost von, hab das halbe Slush aus gerade gegessen. Boah, Alter, hast du schon so viel getrunken? Darauf musst du jetzt erst mal hier so eine Schlange essen. Ich glaub, ich geb halt auf. Was? Alter, ich ess jetzt mal hier so ein Laffi Taffi. Ich weiß nicht, was das ist. Bro, Alter, fures Kaugummi oder so. Echt jetzt? Alter, hä? Warte, ich probier mal. Guck mal her. Schmeckt gut? Ist nice, Marvin, sag ehrlich. Echter Verpackung? Ey, das ist ja hart. Nee. Hä? Hab's runtergeschluckt. Guck mal, die Verpackung ist weg. Soll? Lass mal weitergehen. Komm, wir räumen mal da lang. Und ey, die will dich töten. Alter, die wird angegriffen, Junge. Die will, dass du rausgehst, aber du das iPhone nicht mehr kriegst. Bruder, ich werde angegriffen. Ey, ich glaub, die will diese Süßigkeiten. Die will das iPhone. Bro, die, lass mal weiterräumen. Ja, was geht. Warte mal. Hier, einmal für dich. Warte, wir haben noch mehr für dich. Wir haben noch ganz viel. Leute, natürlich mal verschenken, auch Ehre. Und guck mal, ihr kriegt hier noch die Twizzlers. Okay, Leute, ich würd sagen, ey, lass mal hier ein Apple Store. Ey, lass uns jetzt mal ein iPhone mitnehmen. Kannst du mal schauen, was ich später gewinne von dir, ne? Nee. Ja, doch. Du kannst das jetzt mal schauen. Let's go. Geh mal weg da, ich ramm den jetzt weg. Ey, Alter, hör mal auf. Oh. Nee. Lass mal los hier, hör auf jetzt. Ich hab eine Idee. Das machst du. Und weg mit dir. Ey. Ey, mal arbeiten, lass mal jetzt hier die Rollen. Ich zieh nicht mal. Ja, ja, wir arbeiten jetzt zusammen. Ey, lass mit der Lokomotive in den Apple Store. Ja, okay. Tut, tut. Digga, das ist total schwer. Drückst du die Bremse? Nein, ich drück nicht die Bremse. Du Blödi an. Ey, so viel wieg ich doch gar nicht. Ey, hör mal auf. Ich fahr den gleich nicht mehr. Okay, warte, ich roll mal hier selbst rein. Ich roll gleich rückwärts wieder raus. Der Wecker klingelt. Das ist ein iPhone-Ton, das ist gut. Dankeschön. Komm mal her, Lukas. Ja. Boah, Alter, wie geil. Hier, das musst du kaufen. Ey, das ist das, was ich heute gewinn von dir, ne? Nein. iPhone 14 Pro Max, Junge. Ey, das ist viel geiler als deins, Junge. Ja. Ich hab noch das 13. Ich will jetzt unbedingt das 14. Ich hab ein iPhone 6. Guck mal, hier sind wir. Ey, guck mal. Ey, Marvin, guck mal, man kann sich auch richtig bequem an diesen Tisch setzen und die einfach zocken, ne? Ja. Boah, guck mal, in Gold. Hallo. Leute, ein goldenes iPad. Das ist ultra krass. Hallo, ja, was? Könntest du mal fragen, ob wir das iPhone 15 schon kaufen können? Das iPhone 15? Ja, frag mal, ob die das schon haben. Ja, ich frag mal nach. Hi. Gibt es zufällig schon das iPhone 15 eigentlich? Wann kommt denn das circa? Ah, weiß man noch nicht? Meistens doch so September, Oktober, gell? Ah, okay. Aber kann auch später sogar sein, theoretisch. Okay, alles klar. Trotzdem danke, ne? Ja. Marvin, das gibt's noch nicht. Wann können wir das bestellen? Ja, das weiß man noch nicht. Okay, dann lass mal, oh, Vorsicht, nicht das über seine Füße fahr. Sorry, Dankeschön fürs Aufhalten. Ey, Marvin. Ja? Ich sag dir, das war eben der Rollstuhlbonus im Apple Store, oder? Ja, 100%. 100%, ne? Normalerweise wären wir da jetzt rausgeflogen. Ja, wirklich. Okay, Leute, ich würd sagen, ey, Marvin, lass mal hier in Saturn. Ich hab da unnormal Bock, irgendwie was zu kaufen gerade. Ich hab ne Idee. Wir machen ein krasses Battle. Was? Wer mehr tragen kann? Und du musst alles bezahlen. Ey, nein. Oder ne Verlierer. Wir machen der, der weniger Wert hat, der muss alles bezahlen. Oh nein, ich hab aber bald kein Geld mehr. Ja, aber dann vielleicht gewinnst du ja heute das iPhone 14. Ja, okay. Let's go. Oder vielleicht ein iPhone 15. Oder iPhone 15. Ja. Okay, Leute, auf zu Saturn. Sati, ich komme. Also, Leute, let's go. Wir fahren jetzt, oder rollen jetzt, ne? Ey, Alter, oh mein Gott, du kannst mich doch nicht rammen, Junge. Wieso nicht? Das ist ne Challenge für das iPhone haben. Ey, Alter. Ey, Leute, wir fahren jetzt hier in den Saturn rein und machen jetzt hier ne ultrakrasse Challenge. Ey, Bruder, mein Rollstuhl fährt irgendwie nicht mehr so gut. Ja. Ey, Alter, du musst mir die Bremse zugehalten. Junge, versuch mal jetzt. Ey, ich hab mich einmal festgehalten bei dir. Junge, ey. Lass mal jetzt reinfahren. So, Marvin, wir machen hier nämlich ne ultrakrasse Challenge. Lass mal ne Challenge machen. Wer als erstes ne? Was wollen wir haben? Wir machen, wer mehr tragen kann, der kriegt das Geschenk. In drei Minuten. Okay. Aber vorher, Leute, machen wir noch ne ultraheftige Challenge mit der Rolltreppe. Oh mein Gott. Das ist quasi... Ey, Placy ist grad im Angebot. Es ist nicht Endgegner, Leute. Oh mein Gott, PS5 ist hier schon. Ja, nehmen wir gleich noch mit hier. Aber Marvin, ich würd sagen, Rolltreppe, wir schauen mal, wer kommt hoch, ohne umzufallen. Boah, ey. Okay? Lass mal ein bisschen schneller rollen. Alter, das ist voll anstrengend, ne? Ja, Bruder, ich schwör. Bevor es gleich in die Gaming-Abteilung geht, Freunde, da hinten ist die, gehen wir jetzt erstmal die Rolltreppe hoch. Digga, ich brauch mal ne Pause, das ist so anstrengend. Ey, ich auch, Mann. Also, Leute, jetzt kommt erstmal die erste Challenge in Saturn hier auf jeden Fall. Und zwar die Rolltreppe. Das ist schon echt ne harte Challenge, Leute, mit nem Rollstuhl die Rolltreppe hoch. Da gibt's ne bestimmte Taktik, die wir anwenden. Wir haben uns extra vorher informiert, bei Leroy, äh, tatsächlich. Also, liebe Grüße gehen raus. Weißt du, was ich mache? Was machst du? Einfach runterfallen. Ach so, schade. Du fängst, komm. Schenke, Stein, Papier, wir anfangen. Schenke, Stein, Papier. Haha. Ach, Mann, Junge. Los, Abfahrt. Dann würde ich sagen, Leute, wir haben hier natürlich auch Sicherheitsmaßnahmen. Unser Kameramann steht hier direkt hinter uns. Das heißt, falls wir umfallen sollten, ist das natürlich hier gesaved. Okay. Leute, oh mein Gott, ich hab so Angst, Bro. Oha. Geht das? Ja, das geht. Das ist krass. Oh mein Gott, Bro. Ey, du bist einfach in der Luft mit dem Eimrad. Ey, Alter. Das ist übelst der Struggle, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro. Und? Bruder. Oh mein Gott. Oha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie funktioniert denn das jetzt? Das muss ich dann machen. Okay, dann lass mal anfangen. Okay, lass mir die Leute vor. Und los. Schieb mich mal ran hier. Oh mein Gott. Oh, Marvin, halt dich fest, Junge. Junge, ich fall gleich. Alter. Oh mein Gott. Scheiße. Junge, zieh durch. Du schaffst das. Hey, Alter. Du hast mich mit einer Hand, Junge. Hey, Alter, du hast mich mit einer Hand, Junge. Junge, jetzt machen wir noch rückwärts. Also Leute, ich würde sagen, jetzt kommen wir auf jeden Fall zur nächsten Challenge, und zwar die Kauf-Challenge. Wir müssten es auf jeden Fall schaffen, innerhalb von drei Minuten möglichst viele Sachen auf uns zu laden, sozusagen mit dem Rollstuhl. Das heißt, wir müssen auch richtig schnell rumrollen. Und wir schauen dann, wer hat die teureren Sachen. Und Marvin, ich würde sagen, wir machen das unten im Erdgeschoss. Ja. Ich glaube, Leute, da müssen wir auf jeden Fall, ich weiß nicht, runter habe ich schon ein bisschen Angst, da gehen wir doch lieber mal in den Aufzug, oder Marvin? Ja, ja. So. Ey, gib mir auch mal so einen Korb da. Ey, Alter, Marvin. Ey, Leute, Marvin fängt einfach schon an, das ist nicht fair. Marvin, ich komm mal her hier. Ja, ich komme. Ich klau jetzt erst mal ein bisschen was, ne? So. Das zählt jetzt noch nicht. Ich hab nix. Ey, Marvin guckt sich hier einfach nur die Preise an, glaube ich. Also Marvin, ich gucke jetzt mal aus Fairness genauso. Ne, wir müssen jetzt weiter, komm schnell, komm weiter, komm. Nein. Los. Wie viel kostet das hier? Los. Wie viel kostet das hier, hallo? Du rollst jetzt weg. Sony Alpha 6, oh, die habe ich sogar, Leute, das ist meine Kamera. So, Marvin, die musst du wieder raus machen. Och Mann, ey. Ich will aber das iPhone. Geh weg jetzt. Hau ab, Mann. Ja, alles gut, Mann. Ich mach den Korb hier hinten dran. Also Marvin, jetzt folgt mir mal hier. Ey, Alter, nur einen Korb. Ja, ich hab einen. Ey, Junge. Warte, ey, ich hab Wheelspin gemacht. Pack mal weg, Vico. Schau mal, ich mach Wheelspin. Boah, Alter, ich war raus. Bro. Ich hab's über den Kopf gegangen. Alter, das wäre fast schief gegangen. Okay, wir gehen beide rein, jetzt hör auf. Lukas, der fährt gleich ohne uns weiter. Ja, komm, wir gehen jetzt mal rein hier. Jetzt geh mal hier rein jetzt. Hey, Junge. Geh zu. Der geht nicht zu, du bist noch nicht mal drin. Lukas, du passt nicht rein. Bruder. Hast du das gesehen? Nee. Das hat mich nicht weggefasst. Die Tür hat richtig gut. Ich fang schon mal an. Tschüss, Lukas. Ey, wird dir alles gut? Oh, Junge, Alter. Was ist passiert? Ey, Bro, diese Tür hat meine Beine total gequetscht. Bro, ich hab eh schon kaputtes Knie. Was macht ihr, Alter? Müssen wir zum Arzt? Ich glaube, wir müssen, ich save ins Krankenhaus danach. Aber erst mal, Junge, wo ist Marvin überhaupt? Also Marvin, der ist schon suchen gegangen. Hä? Okay, Leute, dann fangen wir jetzt, würde ich sagen, mal hier an. Okay, warte mal. Was ist hier das teuerste von Apple, Alter? Hier, 214 Euro. Nehmen wir einfach mal ein paar Stück. So, zack. Was ist teuer? Was ist teuer? Ja, Notebooks, naja, die sind zu groß. Könnt ihr noch so, oh, guck mal hier. Galaxy Book 1500, nehmen wir auch mit. Das passt auch noch gut rein hier. Achtung, Rollstuhlfahrer. Ey, da ist der, der ist schon angefangen. Boah, guck mal, dieses Meta-Quest, das wird bestimmt viel kosten. Ich bin voll auf die falsche Etage. Ey, was macht ihr denn da? Ey, Alter, Junge, wo bist du denn her jetzt? Ja, ey, ich bin einfach gefahren, hab gewartet die ganze Zeit auf dich da unten. Junge, ich hab jetzt schon angefangen, weil du nicht da warst. Wieso das denn? Ja, Marvin, drei Minuten jetzt. Wie lange hab ich noch? Anderthalb. Zeit läuft. Ich hab mir voll Sorgen gemacht hier. Ja, Junge, mir tut alles weh, ich muss gleich ins Krankenhaus oder so. Wieso das denn? Was hast du denn? Ja, Junge, meine Beine wurden total gequetscht im Fahrstuhl. Wie viele PS5 kriegt man auf einen Rollstuhl? Was denkst du? Glaube nur eine, Leute. Bruder, ich seh nichts mehr, du musst mich jetzt hier, äh, äh, dingsen, ne? Ey, ich muss alles alleine machen. Ich seh nichts mehr, Leute. Links, warte, geradeaus. Ey, warte, wir schieben mal ein bisschen. Kannst du mich ein bisschen schieben? Ich schalte die Kamera. Okay, perfekt. Okay, wir brauchen einen Switch. Oh mein Gott, gib mir mal so drei. Okay, okay, lad mal hier auf. Lad mal hier alles auf. Okay, jetzt weiter Turbo-Modus. Entschuldigung, wo habt ihr die Airports? Okay. Wir müssen jetzt mal ganz schnell schauen, Leute. Wo ist Marvin? Das ist total egal, der schiebt den einfach. Oh mein Gott, irgendwie so ein iPhone, ja, oder Laptop, irgendwas noch schnell. Lad mir mal hier auf. Ja, schlecht, der schiebt den einfach. Voll die Schweinerei. Marvin, Zeit abgelaufen. Ey, du, ey, du hast vor mir angefangen. Junge Marvin, Alter. Zeit ist abgelaufen, du hast schon angefangen ohne mich. Ich hab gar nicht angefangen. So, deswegen hab ich auch noch Turbo-Bonus bekommen. Hä, ich hab, Junge, ich war unten in der Etage, hab gewartet auf dich. Junge, du hast gar nicht gewartet. Digga, natürlich, guck mal, was ich habe, hä? Ja, ja. Guck doch, hä? Was willst du? Ja, wir fangen jetzt an, mal schauen, wer gewonnen hat und wer mehr Wert hat hier, ne? Ja, ich hab drei Sachen. Also erstmal der Laptop, kannst du schon mal, ihr nehmt 2400 Euro. Ja, das war eine Sache schon, liebe. Dann haben wir einmal drei Nintendo Switch, würde sagen, ja, sagen wir mal 280 jeweils. Jetzt haben wir noch PS5, Marvin, ne? So eine, wie ich von dir runtergeworfen hab übrigens. Ja, kaufst du mir jetzt eine? Ja, ne, ich hab dich schon eine gekauft. Kannst du mir noch eine kaufen? 500 knapp. Dann schauen wir mal, was wir hier haben, Marvin. Geisteskrank. MetaQuest Pro. Was kostet das? Das ist direkt von Mark Zuckerberg aus seinem persönlichen Besitz, Leute. Ich glaub, die kosten 10K, so? Ne, ich würde sagen eher 15. Ne, die kosten 350. Doch nur 350, Leute, echt günstig. So, Marvin, dann haben wir 1500 Euro hier, Galaxy Book. Ja, echt. Leute, 1500 Euro. So, und dann haben wir noch hier jeweils 230, so, haben wir nochmal fast 1000 Euro hier, Apple Magic Keyboard. Ich war die ganze Zeit unten in der Etage, hab auf dich gewartet. So, jetzt, zeig mal, was du hast. Ja. Rocket. Gaming-Maus. Ja. Ja. Direkt von dem Löwen persönlich. Ja. 6.000. Switch, 800. Oha, 800 kostet das. Ja, 7 auf 95. Das ist irgendwie eine Switch oder so. Alter, was ist das für eine Switch? Von Asus. Alter, Junge. Hier, und ein paar Karten. Ich würd sagen, Lukas, der Punkt geht klar an dich. Du hast gewonnen. Let's go, Leute. Okay, nice. Ey, ich kann nicht mehr, Digga. Wir tun so die Arme weh. Ich bin platt. Ich bin echt im Eimer. Ja, ich würd sagen, Marvin, vielleicht ist jetzt mal Zeit für was zu essen, oder? Burger-Pommes. Burger-Pommes? Ja. Leute, auf zu McDonalds. Wir wollen auf McDonalds. McDrive. Ey, Leute, ich hab ohnehin noch mal Hunger. Wie ist es bei dir, Marvin? Bruder, lass mal nach McDonalds gehen. Das Ding ist, wir müssen da vorne aber die Treppen runter. Schau mal. Oh mein Gott, Leute. Da hinten ist McDonalds. Ihr seht das. Ey, Marvin, hier geht's. Ey, lass uns gleichzeitig runterfahren, okay? Ja, ja, hier gibt's nur die Treppen, Leute. Keine andere Möglichkeit. Oh mein Gott, warte. Komm mal her. Boah, Bruder, hast du auch so Angst wie ich gerade? Ja, total. Sollen wir jetzt hier runterfahren? Ja. Okay, warte, bist du bereit? Stell dich mal richtig hin. So, Marvin, wir machen es gleichzeitig, ja. Okay, sag Bescheid, okay. So, warte, zack. Okay. Bist du bereit, Marvin? Ja. Okay. Drei, zwei, eins, go. Oh, Lukas, warte, warte, ich hab eine Idee. Was? Lass uns mit dem Aufzug da fahren. Dann brauchen wir nicht mehr runterfahren. Was für ein Aufzug? Da vorne ist einer. Komm mit. Echt jetzt? Ja, 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 komm mit, vertrau mir. Oh mein Gott, ey, ich hab so... Wie geil, wir müssen da fast runterfahren, Alter. Lass erst mal gucken, wenn er nicht geht, können wir immer noch runterfahren. Ja, okay. Viel zu gefährlich sonst, sonst sterben wir. Let's go, wir haben echt Glück gehabt mit der Stelle. Einmal Straße. Ja. Gott sei Dank, jetzt müssen wir da komplett runter. Ey, Alter, ich hab mich schon unten liegen gesehen auf der Straße. Ich auch. Und Respekt an alle, die auch einen haben, der immer mich hier, äh, mich zieht, ey. Ja. Also, Leute, wir sind jetzt endlich hier bei Mac, ist angekommen beim Mac Drive. Bruder. Lass mal jetzt Burger Pommes bestellen. Junge, let's go Burger Pommes, Leute. Mein Bein tut immer noch richtig weh. Ich glaube, ich muss echt bald abbrechen, wegen meinem Bein. Du gehst, oder was? Bruder. Ey, das ist aber brutal eingequetscht worden. Ja, Junge, weil du den Fahrstuhl zugemacht hast. Hä, das ist nicht meine Schuld gewesen. Doch. Nein. Doch. Du bist einfach reingekommen, wo kein Platz mehr war. Junge, da war noch Platz. Ja, egal, Leute, jetzt erst mal Burger Pommes. Übrigens, Leute, das ist ein halber Mac Drive, ein halber Mac Fuß. Also, man kann ja auch zum Fuß bestellen. Was willst du, Marvin? Burger Pommes. Burger Pommes? Und eine Fanta. Was war der, Alter? Ich bring den jetzt. Haha, ich steh auf. Ich geh raus. Hä? Junge, du hast verloren. Nein. Ja, steck mir auf. Junge, ich hab das iPhone gewonnen. Nein, du hast nicht verloren. Guck mal, ich bin da drinnen. Was? Junge. Man, ich dachte, ich prank dich, ey. Ey, Alter. Hallo. Burger Pommes, bitte. Burger Pommes. Cheeseburger mit Pommes drauf. Cheeseburger bitte mit Pommes drauf machen, okay? Also, Leute, wir sind jetzt hier beim Essen. Ey, wir haben was Geisteskrankes geschafft. Und zwar, Freunde, wir haben jetzt einfach den Lukas Burger Pommes Burger rausgebracht. Und schaut mal, der kommt vielleicht bald, wenn ihr Bock drauf habt. Das ist der Burger, Lukas. Ey, Alter, Alter. Du hast einfach deinen eigenen, oh mein Gott, digga, ist so geisteskrank. Boah, Burger Pommes. Digga, du hast einfach deinen eigenen Burger Pommes Burger rausgebracht. Was? Bruder, geisteskrank. Alter, ey. Schau, aber das ist nämlich meiner. Ja. Nimm mal. Ja. Hier, das ist einfach meiner. Und schaut mal, hier ist einfach kein Burger Pommes drauf. Seht, ist einfach ganz normaler. Und er hat noch einen Burger Pommes Burger bekommen. Alter, übelst geil. Leute, wenn ihr in Meges seid, fragt unbedingt nach dem Burger Pommes von Lukas. Genau. Testen mal. Taste test hier. Boah, übelst geil. Ich mach mir jetzt selber ein. Richtig crunchy, Junge. Ich würde sagen, wir essen jetzt auf jeden Fall mal. Wir sehen ja auch bei Marvin, wie er gerade sein Burger Pommes macht. Ich will auch Burger Pommes Burger. Wir essen jetzt erstmal und ich glaube, danach muss ich ins Krankenhaus. Ich kann nicht mehr, Alter. Mein Bein ist geisteskrank weh. Schwimmung oder was? Ja. Ach du Sch***. Guck mal, Leute, die Beule hier. Das hat hier total alles reingequetscht, diese Faststutur. Oh mein Gott. Der, du musst echt ins Krankenhaus. Ja, Leute, ich esse gerne einen kurzen Cheesy und dann, ey, weißt du was, Marvin, komm? Gibst du auf oder was? Ich geb auf. Ey, ich hab gewonnen. Du hast das iPhone gewonnen. Ey, aber Leute, ich kann mich gar nicht richtig freuen, weil du hast so Schmerzen. Ja, aber Leute, lasst ein Like da, kosten das Abo. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.